Herzlich lade ich Sie ein, am kommenden Sonntag um 10 Uhr in den Mainzer Dom zu kommen. Wir feiern dort die bundesweite Eröffnung der diesjährigen Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes unter dem Leitwort Werde-Glauben-Stifter, zusammen mit Bischof Churgraf, Kardinal Aborelius und anderen Bischöfen aus Nordeuropa, aber auch internationalen Gästen aus unseren Projekten und auch aus anderen Bereichen, die mit uns zugleich den 170. Geburtstag des Bonifatiuswerkes feiern wollen. Seien Sie dabei im Gebet, im Singen, im Feiern, aber auch eben im Interesse und der Solidarität für die Diaspora.